Bei Gonatrose. Unsere Produkte sind 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Die Alternative. Neuer Fußweg vom Parkplatz zur Staumauer der Rappodetalsperre. Geschick am Steuer und den Hebeln. Stapler-Club kürte die Regionalmeister Sachsen-Anhalt. Halberstädter Siedlung in Ausnahmezustand. Das 12. Schul- und Siedlerfest. Luftsprünge im Elbauenpark. 900 Cheerleader bei den Euro Cheermasters 2018 am Start. RFH. Informativ. Aktuell. Näher dran. Die Alternative. Neuer Fußweg vom Parkplatz zur Staumauer der Rappodetalsperre. Die Parkplatzsituation an der Rappodetalsperre ist angespannt. Immer mehr Besucher werden durch die hier errichteten touristischen Highlights angelockt. Eine der längsten Fußgängerbrücken der Welt wurde bereits von mehreren hunderttausend Gästen beschritten. Ein zweites Problem sind die Raser im Tunnel, den auch die Besucher passieren, wenn sie zum Parkplatz zurückgehen wollen. Rüttelstreifen wurden angelegt, die Fahrzeuge zum Langsamfahren veranlassen sollen. Außerdem wird der Lärmpegel von einigen Fahrern gern noch zusätzlich erhöht. Das ärgert und verunsichert die Fußgänger. Die Verantwortlichen setzen sich gemeinsam an einen Tisch. Ich möchte mich bedanken heute hier durch meine Anwesenheit bei allen, die dazu beigetragen haben, dass hier das Problem Fußgänger im Tunnel und andere Verkehrsteilnehmer teilweise entflochten werden konnte. Ich bin insbesondere dem Herrn Berg als Investor sehr dankbar, aber auch allen, die dazu beigetragen haben, unsere eigene Landesstraßenbaubehörde, aber auch der Landesbericht für Hochwasserschutz. Viele haben hier an einem Tisch gesessen, haben versucht, das Problem zu lösen. Und wir haben heute eine Lösung, die nicht 100-prozentig ist, aber zumindest den meisten Fußgängern hilft, nicht durch den Tunnel zu müssen. Heute ist ein wichtiger Tag, weil an der Stelle wieder ein wichtiger Meilenstein gesetzt wird. Wir haben an der Stelle gemeinsam mit der Kreisverwaltung, mit der Polizei, mit dem Talsperrenbetrieb und mit dem Investor hier schon in den letzten Jahren agiert, um die Situation zu entschärfen in der Richtung, dass der Tunnelverkehr, also von den Geschwindigkeiten, Unfallthemen und Lärm gewissermaßen verbessert wird und durch die Rüttelstreifenthematik haben wir die Geschwindigkeit und die Unfallthematik lösen können. Und es ist aber sichtlich geworden in dem Jahr der Evaluierung, dass wir die Lärmthematik damit nicht erschlagen können. Und durch diesen alternativen Fußweg jetzt können wir diese Situation für die Fußgänger auch verbessern, sodass das Lärmthema sich hiermit auch geklärt hat. Und weiterhin werden wir in diesem Jahr oder haben wir mit der Verkehrsbehörde und dem Investor gemeinsam auch das Parkplatzangebot verbessert und auch die entsprechende wegweisende Beschuldigung dafür errichtet. Und weiterhin wird der Investor in diesem nächsten Jahr voraussichtlich noch weitere Parkplätze bauen und wir als Landesstraßenbaubehörde hier die L96 zwischen der B81 und der B27 in Rübelland komplett sanieren und damit auch die Fahrbahnverhältnisse noch verbessern. Wir sind ja alle glücklich, dass diese touristische Investition hierher gekommen ist. Das wertet auch unsere Talsperre auf. Da das nun mal leider nicht möglich war, dass die Parkplätze-Situation schon zufriedenstellend gelöst werden könnte, haben wir Hartzenalin unterstützt, also einmal verwaltungstechnisch im Rahmen unserer Möglichkeiten und haben auch ein paar kleine wenige Ersatzflächen zur Verfügung gestellt für den ganz großen Andrang. Ich denke, wenn Ferien jetzt beginnen, dann wird das nochmal richtig hier losgehen. Ja, das lindert das Problem, löst es nicht, ist ganz klar, aber wir werden das Step-for-Step gemeinsam hier umlösen. Der Betreiber der Hängebrücke hat keine Kosten und Arbeit gescheut, um noch vor den Sommerferien einen Wanderweg über den Hang anzulegen. Das Band wird durchschnitten und der Wanderweg ist frei. Ganz einfach, weil es nötig ist. Der Gast, der hier durch den Tunnel geht und sich gestört fühlt und eine Beschwerde schreibt, das ist ein unzufriedener Gast, der fährt nach Hause, hat eine schlechte Laune, kommt eventuell nicht wieder. Und die teilweise massive Kritik, die aus dem Tunnel von den Gästen kam, haben, wie gesagt, die Baukosten gut, die sind nicht unerheblich. Das werden wir jetzt einfach machen, weil ich brauche nicht warten, dass jemand kommt und mir dafür Geld gibt, sondern das gebe ich jetzt aus. Der Gast ist zufrieden. Ich als Unternehmer bin dann zufrieden, weil der Gast zufrieden ist und alle sind dann zufrieden. Und das ist besser, als wenn irgendwer schlechte Laune hat. Jetzt haben Besucher die Möglichkeit, den Tunnel mit dem hohen Lärmpegel zu meiden. Der Weg hat keine Treppen, ist aber aufgrund des steilen Anstiegs nicht für Rollstuhlfahrer geeignet. Ein Hinweisschild an der Unterführung macht auf die Möglichkeit einer neuen, alternativen Lösung aufmerksam. Auch Verkehrsminister Webel und alle am Projekt Beteiligten nutzen den Weg, um dann über die Hängebrücke zu gehen und die herrliche Aussicht zu genießen. Wer Höhenangst hat, kann natürlich auch die Brücke und die Landschaft bei einem Gang über die höchste Staumauer Deutschlands ausbetrachten und braucht jetzt auch nicht mehr den Tunnel zu passieren. Ein 32-Jähriger aus Thale befuhr am Samstag mit seinem Ford den unbefestigten Teil der Trift aus Richtung Badesee in Richtung Wegeleben. Aufgrund von 1,75 Promille ist der Fahrer nach links von der Fahrbahn abgekommen. Der Ford überschlägt sich und kommt im angrenzenden Maisfeld auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrzeugführer verletzt sich leicht, seine beiden 18-jährigen Insassinnen haben sich jedoch schwer verletzt und wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Pkw ist nur noch Schrott. Am Samstag ist in Gernrode ein 81-Jähriger mit seinem Toyota gegen einen Triebwagen der Harzer Schmalspurbahn gefahren. Am Bahnübergang auf der Straße Steilerweg beachtet er nicht den in Richtung Alexisbad fahrenden Zug, sodass es zum Zusammenstoß kommt. Der Pkw-Fahrer verletzt sich dabei leicht, das Auto erlitt Totalschaden. Die Mitte der Woche wird angenehm und wolkig. Am Morgen sind noch sehr viele Wolken am Himmel zu sehen bei 16 Grad. Der Tageshöchstwert wird zu Mittag erreicht mit 28 Grad. Bis zum Abend haben sich dann alle Wolken verzogen und es präsentiert sich ein wunderschöner Sonnenuntergang. In der Nacht lässt sich dann bei Windstille der Sternenhimmel beobachten bei 15 Grad. Der Donnerstag wird wolkenlos, jedoch stürmig mit Böen bei Werten bis 24 Grad. Hotel Stubenberg Attraktive Lage, frisch zubereitete Speisen, für jeden Anlass das richtige Ambiente. www.hotel-stubenberg.de Große Pflanzenvielfalt und allerlei Inspirationen für Haus und Garten. Das verspricht die Lebensart 2018 in Aschersleben. Vom 29. Juni bis 1. Juli lädt der idyllische Stadtpark zum sommerlichen Einkaufserlebnis, gepaart mit einem tollen Programm und einer Vielzahl kulinarischer Genüsse ein. 90 Aussteller, Kunsthandwerke und Fachgärtnereien präsentieren neue Trends und Ideen für ihr grünes Paradies. Die Fotomitmachaktion gut behütet, Kinderaktionen sowie ein komfortabler Shuttle- und Depotservice machen die Lebensart in Aschersleben zum entspannten Erlebnis für die ganze Familie. Die Lebensart ist vom 29. Juni bis 1. Juli jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Erleben Sie bei Schubinski innovative Produkte für höchste Ansprüche und Technik und Lösungen mit Leidenschaft. EP Media Park Schubinski Mein Service macht den Unterschied Entdecken Sie die neue Vielfalt in der erweiterten Merchandise-Abteilung. Große Auswahl an Artikeln mit Motiven der bekannten und beliebten Serien wie The Walking Dead oder Game of Thrones sowie Plüschtiere der Nintendo Game Stars. Lassen Sie sich zu diesen Angeboten gern bei uns beraten. Disse Sanitätshaus und Orthopädie-Technik Seit drei Jahrzehnten vereinen wir traditionelle Handwerksqualität und innovative Produkte. Unser Sanitätshaus bietet ein überdurchschnittliches Angebot mit kompetenter Beratung und Unterweisung. Von Pflegehilfsmitteln über Gesundheitsprodukte bis zur Berufskleidung sind bei uns viele Produkte sofort verfügbar. Unser Spezialgebiet ist das Orthopädie-Handwerk. Für jede Anforderung fertigen wir das passende Produkt. Zeitnah und in höchster Qualität. Dafür setzen wir in der Fertigung auf Hightech-Materialien wie Carbon. Besonders bei Carbon-Produkten profitieren unsere Kunden von geringem Gewicht und stärkster Belastbarkeit. Wir kümmern uns auch um die individuelle Kostenerstattung bei den Krankenkassen. Ob Wartung und Reparaturen in unserer Werkstatt oder der Lieferservice und Hausbesuche mit unserem eigenen Fuhrpark. Wir sind für unsere Kunden da. Disse Sanitätshaus und Orthopädie-Technik. Für Sie nur das Beste. AOK-Versicherte haben es besser und zahlen auch 2018 nur 14,9%. Die AOK bleibt die günstigste Krankenkasse Sachsen-Anhalts. Noch nicht AOK-Versichert? Dann schnell wechseln und früher sparen. Alles Wissenswerte dazu erfahren Sie unter www.besserhaben.de Team Konrad. Service mit Tradition seit über 80 Jahren. In unserem erweiterten und modernen Autohaus in Halberstadt präsentieren wir Ihnen aus der abwechslungsreichen Welt von Kia die richtigen Begleiter für jede Lebenslage. Unser Team im Verkauf, bei der Finanzierung und im Service kümmert sich kompetent um Sie und Ihr Fahrzeug. Egal ob Inspektion, Wartung oder Reparatur, da sehen wir genau hin und erledigen das. Gründlich, günstig und schnell. Auch für Ihr Fahrzeug. So sorgen wir für zufriedene Kunden. Hallo, mein Name ist Alfred Konrad und ich lade Sie ein, die Welt von Kia in unserem Hause zu entdecken. Kia Motors, the power to surprise, mit 7 Jahren Garantie. Bei Ihrem Team Konrad. Yippie, yippie, yippie. Und wieder ein zufriedener Möbelmüller-Kunde. Möbelmüller in Thale bringt tolle Möbel und Küchen. Qualität, an der Sie lange Freude haben. Die Möbel von Müller. Möbelmüller in Thale. Das erste Einrichtungshaus in Sachsen-Anhalt mit TÜV-geprüfter Servicequalität. Yippie, yipp. Stadtwerke Blankenburg. Kompetenz vor Ort. Wir bieten Ihnen einen ausgezeichneten Kundenservice mit informativer und individueller Beratung. Machen uns mit erneuerbaren und alternativen Energien stark für den Klimaschutz und engagieren uns für die Menschen in der Region. Stadtwerke Blankenburg. Ihr Partner vor Ort. Alle Infos unter sw-blankenburg.de Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor zehn Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor zwei Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zur diätetischen Behandlung von Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonatrose. Geschickt am Steuer und den Hebeln. Stapler Cup kürte die Regionalmeister Sachsen-Anhalt. In Hermsdorf war es am Samstag wieder soweit. Der Stapler Cup fand auf dem Gelände der FSN Fördertechnik GmbH statt. Zum 13. Mai versammelten sich Staplerfahrer aus ganz Sachsen-Anhalt, um in verschiedenen Disziplinen ihre Geschicklichkeit unter Beweis zu stellen und den Besten unter ihnen zu küren. Wir haben Geschicklichkeitsfahnen, wir haben einen sogenannten heißen Draht, wo ein Draht über eine große Stange geführt werden muss. Wir haben Minifässerstapeln mit einem kleinen Gabelstapler, der vorne auf den Gabelzicken draufsteht. Wir haben das sogenannte Entenangeln. Da werden Enten aus einem kleinen Teich rausgeangelt. Außerdem mussten drei Reifen an einer Stange aufgenommen und dann in einem speziellen Gestell gestapelt werden. Dies ist gar nicht mal so einfach, wie es aussieht, denn die vier Parcours verlangen viel Geschicklichkeit und Ruhe von den Teilnehmern. Vor allem in der diesjährigen neuen Disziplin war dies besonders gefragt. Eine neue Disziplin gibt es jedes Jahr. Das ist eine, die alle Linderhändler gleichzeitig machen. Also dass alle die gleiche Chance haben, diesen einen Parcours selber zu machen. Und das ist das Minifässerstapeln. Das sind kleine Aluminiumfässer, die sehen aus wie ein kleines Bierfass. Die müssen zu einer Pyramide von einer Seite auf der anderen Seite aufgestapelt werden. Dafür braucht man vor allem Ruhe. Die ist allerdings sehr knapp, denn genau wie bei den anderen Disziplinen zählt bei dem Minifässerstapeln die schnellste Zeit. Denn mit der kann man sich zur deutschen Meisterschaft qualifizieren. Ja, Stapler Cup ist eine bundesweite Ausscheid, der von Linde Gabelstapler organisiert wird. Jeder Händler in Deutschland muss diesen Stapler Cup durchführen, ausführen, um die besten Fahrer der Region und die dann im September, also für die Region Sachsen-Anhalt, erstmal auszufahren. Das machen wir. Und der dann zum Entscheid nach Aschaffenburg im September geht zur deutschen Meisterschaft. In diesem Jahr ist dies Sebastian Bollmann aus Wernigerode gelungen. Er konnte sich gegen die anderen 42 Teilnehmer durchsetzen und fährt nun vom 20. bis zum 22. September nach Aschaffenburg zum deutschlandweiten Finale. Die Frauen waren in diesem Jahr eher weniger stark vertreten und konnten nur einen 35. Platz in der Gesamtwertung erreichen. Den Regionalmeistertitel in der Mannschaftswertung konnte sich das Team der Firma Krage und Gerloff holen. Halberstädter Siedlung in Ausnahmezustand. Das 12. Schul- und Siedlerfest. Einmal im Jahr ist die Halberstädter Siedlung ein ganzes Wochenende in Partystimmung. Ein buntes Programm garantiert drei Tage lang Unterhaltung für Groß und Klein auf dem Gelände der Diesterweg-Grundschule in Halberstadt. Für Essen und Getränke ist ebenfalls gesorgt. Egal ob Gulaschsuppe oder etwas Süßes, es ist garantiert für jeden Geschmack etwas dabei. Für Unterhaltung sorgt der Musiker Ole. Musik Doch die Organisation des Festes stand in diesem Jahr vor einer besonders großen Herausforderung. Jahrelang wurde das Siedlerfest mit der Unterstützung von Dieter Krohne organisiert, dem Vorsitzenden des Fördervereins Diesterweg-Schule und Sagstädter Siedlung. Doch kurz nach seinem 69. Geburtstag hat er den Kampf gegen eine schwere Krankheit verloren und ist im April verstorben. Ja, also die Organisation, das lief ja jetzt erstmal ein bisschen stockend aufgrund des Todesfalls von unserem Vorstandsvorsitzenden Dieter Krohne. Es war natürlich auch erstmal eine gewisse Unruhe im Verein und im Vorstand. Wie geht es mit dem Vorstand allgemein weiter? Wie machen wir mit dem Fest weiter? Es musste ja irgendwie weitergehen. Das Fest stand ja nach wie vor vor der Tür. Und wir haben uns jetzt noch enger zusammengerückt und haben jetzt versucht natürlich auch hier die drei Tage, so wie in den letzten Jahren genauso, zu gestalten. Für die Siedler, für die Stadt Halberstadt und für die Umgebung einfach wieder super fest darzustellen. Dieter Krohne hat sich mit seiner ganzen Kraft für den Erhalt der Diesterweg-Grundschule eingesetzt. Ohne ihn wäre dieses Fest gar nicht erst möglich geworden. Sein Todesfall berührt nicht nur die Angehörigen, sondern auch viele Siedler, die nun gemeinsam ein Zeichen setzen wollen. Hier geht es wirklich darum, um einen Menschen zu erinnern, der es erst möglich gemacht hat, dass wir hier die Schule retten könnten. Denn wir hätten ja gar nicht gewusst, wie das überhaupt funktioniert, wie das überhaupt geht. Und mit seiner Art hat er eben es schafft, dass wir ihn alle zusammengehalten haben und dass wir dieses große Ziel auch erreichen könnten. Und wo es will, dass wir jedes Jahr das Siedlerfest feiern hier. Genau. Das ist Dieters Vermächtnis. Genau so ist es. Und da geht es nicht darum, wer hier einen Ballon hält, sondern dass wir Symbolik hier abliefern, um an ihn nochmal zu erinnern. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Und bitteschön! Nur für ihn! Und einmal der Blick nach oben! Nach dem Aufsteigen der Luftballons wird noch bis tief in die Nacht gefeiert und gelacht. Am Donnerstag ist es soweit. Die Quedlenburger Vierteler Musik findet schon zum zehnten Mal statt und ihr solltet alle dabei sein. Neun tolle Standorte, weit über 30 Ecks und sie werden euch alle überzeugen. Ganz im französischen Flair erklingt wieder überall in Quedlenburg Live-Musik, vom Amateur bis zum Profi-Musiker, von Klassik bis Punk, vom DJ bis zum Chor. Und das von 14 Uhr bis Mitternacht. Feiert den Sommeranfang am 21. Juni bei der 10. Vierteler Musik, auf dem Markt, im Wortgarten, im Brühlpark und an den anderen tollen Plätzen. Und das Ganze ohne Eintritt. Also seid dabei und alle Infos dazu findet ihr auch im Internet. Toxa Prevent Pur, vom Foxy Moon. Denn Vorbeugen ist die bessere Medizin. Wenn Sie sich für eine der ausgeschriebenen Stellen interessieren, dann nichts wie ran ans Telefon. Alle Angebote im Überblick finden Sie auch im RFA Teletext ab Seite 301. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs, vereint mit den Wirkstoffen aus Ahoniabeere, Weißdorn oder Ingwer. Zwei in eins für eine gesunde Herzfunktion. Es hat tatsächlich was gebraucht. Ich bleibe dabei. Ich bleibe dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Gehen Sie auf Zeitreise in Thale. Das DDR-Museum zeigt 40 Jahre DDR-Geschichte. Möbel, Technik, Bücher und Einrichtungsgegenstände, mit denen viele Erinnerungen verbunden sind. Das einzigartige DDR-Museum bei Möbel Müller in Thale ist montags bis samstags für Sie geöffnet. Ein toller Tipp für die ganze Familie. Landwirtschaft hautnah zum Anfassen. Beim 21. Harzer Landwirtschaftsfest in Rheinstädt. Tierzuchtwettbewerbe, ein Bauernmarkt mit über 100 Anbietern und die große Landtechnikausstellung garantieren ein unvergessliches Erlebnis für Groß und Klein. Los geht es um 9 Uhr und um 10 Uhr startet die feierliche Eröffnung durch den Bauernverband Nordharz e.V. Weitere Highlights des Tages sind zum einen die große Musikshow um 12 Uhr, die Siegerehrung mit anschließenden spektakulären Einzelderbietungen um 13 Uhr und das große Finale zum Schluss ist die historische Schlepperparade um 16 Uhr. Freuen Sie sich auf einen ganz besonderen Sonntag mit vielen Tieren, moderner Erntetechnik und vielen spannenden Aktionen. Und das alles am 24. Juni beim 21. Harzer Landwirtschaftsfest in Rheinstädt. Luftsprünge im Elbauenpark. 900 Cheerleader bei den Euro Cheer Masters 2018 am Start. Ja, so hört sich das an, wenn Cheerleader andere Cheerleader anfeuern. Denn schon lange hat sich der Sport weg von der Seitenlinie beim Football und hin zum unabhängigen Leistungssport entwickelt. Bei mehreren Meisterschaften streiten sich die Teams um Punkte und die Qualifikationen zu internationalen Meisterschaften. Und genau so eine fand am Samstag auf der Seebühne im Elbauenpark statt. Die Euro Cheer Masters ist eine von acht verschiedenen Meisterschaften, die im Jahr von uns in einer Serie stattfinden. Die Serie ist die German Cheer Masters und die Euro Cheer Masters sind wir jetzt dieses Jahr zum vierten Mal hier. Und das ist eine dieser Meisterschaften. Mit 900 aktiven Cheerleadern im Alter zwischen 5 und 34 Jahren stellen die Euro Cheer Masters die größte Open Air Cheerleading Meisterschaft Europas dar. Rund 100 Teams aus Deutschland und Österreich hatten sich angemeldet, um ihr Können unter Beweis zu stellen. Doch für die Teilnehmer geht es nicht nur um die Platzierungen und die Pokale, sondern auch um wichtige Qualifikationen. Man kann sie einerseits qualifizieren für die Finals. Es wird also aus jeder Meisterschaft ein Ranking erstellt. Die besten Teams werden hier geehrt mit Pokalmedaille. Und die besten Teams aus der gesamten Serie können dann antreten nächstes Jahr bei den Finals 2019, wo nochmal alle Teams aus Deutschland oder also Teilnehmer aus den einzelnen Meisterschaften dort teilnehmen können. Um diese Qualifikationen zu erreichen, gilt es die Jury von sich zu überzeugen. Dabei achtet diese vor allem auf die Schwierigkeit und die Ausführung der gezeigten Elemente. Jump, Tumbling, Dance, Stunt und Pyramiden werden von den Mädchen und Jungen oft monatelang beübt, damit alles perfekt sitzt. So auch das Team CCL Farrow aus Leipzig, das in der Kategorie PVG an Level 2 gestartet ist. Ihnen gelang es, ihre sogenannte Routine fehlerfrei auf die Matte zu bringen. Und so belegten sie mit ihrer Leistung den ersten Platz. Dass zu Cheerleading heutzutage weitaus mehr gehört, als mit Pompoms zu tanzen, wird bei solchen Meisterschaften deutlich. Es ist sicher sehr athletisch geworden in den letzten Jahren. Es ist sehr viel Bodentouren-Elemente mit dazu gekommen. Es ist Tanz dabei. Es ist viel Vertrauen mit dabei, was man aufbringen muss, wenn man Pyramiden macht. Man muss sich auf seine Mitbürger oder seine Mitstreiter muss man sich eben verlassen. Und es ist auch ein großer Integrationsteil noch mit dabei. Also die Cheerteams bestehen oft aus ganz vielen Nationalitäten. Es kommen ganz viele Menschen zusammen und von daher finde ich es eigentlich sehr interessant, weil sie sich wirklich darauf vertrauen müssen und Vertrauen aufbauen müssen. Vor allem die sogenannten Flyer müssen sich auf ihre Bases verlassen können, wenn sie von ihnen durch die Luft geworfen und dann später auch wieder aufgefangen werden. Die Zusammenarbeit muss da besonders gut stimmen, denn leider ist der Sport auch mit einem gewissen Verletzungsrisiko verbunden. Damit dieses allerdings so gering wie möglich gehalten wird, gibt es in den verschiedenen Alterskategorien PV, Junior und Senior die entsprechenden Schwierigkeitslevel. Wir haben insgesamt heute 14 Kategorien, unterteilt nach Anzahl der Teilnehmer. Das bringt bei Kategorien mit einem Teilnehmer an bis Kategorien mit zwei Teilnehmern, fünf Teilnehmern. Dann gibt es die Teamkategorien, das ist dann ab 15 Teilnehmern. Und dann nochmal unterteilt nach Altersgruppen und Schwierigkeitslevel. In diesem Jahr gibt es aber auch noch eine ganz spezielle Kategorie, die es nur bei den Meisterschaften der Central Cheerleading Agency gibt. Dies ist die Kategorie Euro-Cheer. Sie ist für sehr kleine Teams vorgesehen, die nur aus vier bis sechs Startern besteht. Normalerweise müsste ein so kleines Team als sogenannte Group Stunt starten und dürfte nicht alle Elemente des Cheerleading zeigen. Damit Sie allerdings die gesamte Spannweite des Sports abdecken können, also neben den Stunts und Pyramiden auch die Jumps, das Tumbling und den Dance, wurde die Kategorie Euro-Cheer erschaffen. Hier ein kleiner Einblick aus der Routine der Powerpanders aus Gifhorn. Hier ein kleiner Einblick aus Gifhorn. Nachdem alle Teams ihr Können auf der Matte gezeigt haben und sogar die ein oder andere Träne der Erleichterung floss, wurden am Ende des Tages natürlich auch die Sieger in den 14 Kategorien gekürt. Und egal ob gewonnen oder nicht, für die Mädels und Jungs geht es bestimmt schon bald wieder in die Halle, um fleißig weiter zu trainieren. Denn auch bei den Cheerleadern gilt, nach der Meisterschaft ist vor der Meisterschaft. Das Halberstädter Küchenstudio mit dem besonderen Service. Individuelle Beratung, professionelle Planung, zuverlässige Montage. Ihr Küchentraum wird Wirklichkeit. Das Küchenstudio Spiegelstraße präsentiert Ihnen die Veranstaltungstipps. Musik für eine Sommernacht – Die Gedanken sind frei Das Philharmonische Kammerorchester Wernigerode begrüßt Sie am 22. Juni zu einem unvergesslichen Musikerlebnis. Gemeinsam mit dem Christine-Klaas-Trio präsentiert das Ensemble um Musikdirektor Christian Fitzner die Premiere des neuen Christine-Klaas-Trio-Programms Die Gedanken sind frei Genießen Sie um 19.30 Uhr symphonische Kunst- und Volkslieder im spektakulären Ambiente der Schirker Feuerstein Arena Karten für das Konzert erhalten Sie in der Touristinformation Wernigerode Ja, es ist Zeit für das beliebteste Jazz-Festival Mitteldeutschlands. Mit freundlicher Unterstützung der Ostharz-Brennstoff GmbH Ihren Partner für Heizöl, Diesel und Schmierstoffe zuverlässig, pünktlich, immer in Ihrer Nähe. Am letzten Juni-Wochenende sorgen wieder namhafte Bands für super Stimmung in der Stadt. Verpassen Sie nicht das Eröffnungskonzert am Freitag auf dem Marktkirchhof, shoppen Sie bei Jazz in der City und genießen Sie Coffee-Time und Jazz am Samstag. Erleben Sie Quedlenburg bei Jazz und Dixi-Klängen auch in den beteiligten Hotels und Restaurants. Handgemachte Musik, die gute Laune versprüht, erklingt auch bis in die Nacht bei der Absacker-Party und der Nachtwache im Quartier 7. Keep swinging Alle Informationen, das Programmheft und Tickets bekommen Sie jetzt online unter www.quedlenburg-swingt.de Und Ihr Hotel buchen Sie am besten unter www.quedlenburg.de Verpassen Sie nicht am 19. Juni die große Premiere des Stückes »Der Vogelhändler« des Nordharzer Städtebundtheaters. Los geht es, 15 Uhr, im Bergtheater in Thale. Das Städtische Museum und der Geschichtsverein Halberstadt laden am 20. Juni um 19 Uhr zu einem Abendvortrag in das Schraubemuseum ein. An diesem Abend dreht sich dort alles um die Halberstädter Regimenter im Großen Krieg. Jeder kann mitmachen bei der offenen Yoga-Stunde am Tag der Sommersonnenwende.